ja die Laufgäufe die mysteriösen Dinger das ist jetzt auch der Sinn, ich kann ja mal unsere so, ich höre sich hier rumrennen und rumtrampeln und ach da unten Hallo Klupper! Hallo! Wir haben ein Angebot für Sie Oh, es gibt einen neuen Zock Ja, du willst direkt hoch, ne? Ja Gott! Ach ne, 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 ne! Haben wir unseren Bogen dabei! Haben wir unseren... Au! Mama! Ah, Mama! Mia! Meine Mutter, deine Mutter! Mutter meine, ne? Ja, und ihr da unten habt auch Spaß, ne? Also das sieht man euch ja an Da will ich euch mal Spaß haben lassen und euch nicht die gute Laune verderben Da ihr gerade erst geboren seid und ich mich hier eingesperrt hab und diese Grünigkeit hier draußen es gibt ja... oder die Creeper, die sehen ja verschieden aus es gibt ja Creeper, die sehen so aus wie die da unten so müssen Creeper eigentlich auch meiner Meinung nach aussehen dann gibt es noch diese komischen Pilztöpfe oder Pilzies je nachdem, wie man sie nennen kann Pilzies Pilsies Ha ha Hm Hm Nein! Look at you Look at you Look at you Lebe Nope Lebe 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 Die Lebe A Lebe 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 Fleet Lebe Guck, guck, guck! Wir sind voll! Guck, 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 guck! Mmh. Ja, schon wieder. Ach, was. Ich hab nur noch mal in mein Happy Hippo probiert. Schmeckt eigentlich ganz gut. Du heilige Mistkacke. Wir schleichen hier so über den Weg und hinter uns könnte vielleicht gerade ein Creeper stehen. Könnte doch sein. So, aber... Ich hab gerade... Sieh dir wirklich so weit geworden. Oh Gott. Aber auf jeden Fall kommt das und das jetzt erstmal hierhin. Die Dinger, die stelle ich da auch erst nochmal rein. Das kann rüber... Ihr guckt ja auch beim Bau und zu. Wir können ja auch mal in der Schau machen, wo ich dann alles mögliche zeige. Oder... Genau, 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 genau. Ach, Mist, ich hab ja vergessen, die Fotos zu machen. Ich wollte doch die ganze Zeit Fotos machen. Welches Knöpke muss ich da drücken? Keine Ahnung. Hallo, 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 hallo. Hm, zwei Augen ist doch schon mal ein Anfang. Ha, ha, ha. Boah, man, dieser... Wir haben... Oder das hat uns ja ein Experience Points gekostet hier, mit der, äh, Achsen. Ich glaube, die Haltbarkeit wurde um eins verbessert oder sowas. Nee, das glaube ich nicht, das ist sogar so. Boah, zum Glück hat er den Baum nicht zum Fackeln gebracht. So, aber wenn ich das hier anschaue... Wiegelchen, Wiegelchen, Schau in den Spiegel, Eider, da, was ist denn das hier ist ja alles voll. Ja, ich sag jetzt auch mal so ein bisschen mehr, also ich baue hier gerade so ein bisschen, äh, ein paar Sachen an, ne? So, la, la, ne? So, la, 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 la. jetzt jetzt wir haben noch 8 ich Okay. Das ist diskriminierend. Ich kann den Puffen. Da kommt... Düte Suppe. Düte Suppe. Düte Suppe. Düte Suppe. Düte Suppe. Wir können ja auch mal so eine kleine... Ich probiere mal aus Map bauen. Oder basteln oder erstellen oder was weiß ich. Wie ich sie dann nennen soll. Ja, also damit meine ich, dass es dann so eine Map wird, wo wir dann halt alles Mögliche ausprobieren können. Eine Map von dieser Größe oder von einer anderen Größe. Und... Innoch die... Abonniert. 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 Abonniert.